und was vor wo es geht leute rinbo 6 video mit ripper of the shadow ihr findet den kanal unten in der beschreibung leute oder ich werde ihn oben irgendwo einblenden hört ihn im hintergrund glaub ich scheinlich einblenden genau ja ich habe die funktion jetzt gefunden wo man leute einblenden kann also ich kann mich selber einblenden lassen also im letzten rainbow video habe ich mich jetzt einblenden lassen wo man mich abonnieren kann also wenn man drauf tut kann man abonnieren ihr kannst ja auch angucken wenn du willst als ich mir jetzt deine videos angucken kann alles klar alles klar okay mach ich jetzt selber auch nicht also entweder abonniert ihr ripper of the shadow ich will ihn gehen oder abonniert ihn nicht ja und übrigens er hat gerade im live stream mit der grunde for speed später ja ja was war das was du weißt du nicht der der mache ich nur so ja 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 oh ja ey ein small du machst meinen abonnenten Angst 2 du brauchst man abonnenten wir haben jetzt schon dort vorhanden komische Porsche da also leuten die Königin eine Art und eine Art Schelling später noch ja wenn ihr keinen Bock habt bis ruhig was ich glaube so richtig er auch wenn ich habe ich habe auch immer mit dem Weg schon muss ich bin der Fall Arten eine davon bist du 3 4 eigentlich an die Kälte 4 4 und das Wort ein sobald ich habe und gestern noch ein paar Tagen für den Gruppen da war ich ich hatte auf einmal 6 60 jetzt noch 4 und 70 3 Stamm und Wolldorf dann nur mit dem 1.000 die Künfte auch schüttet er Stuttgart also Leute wenn das Video hochkommt wie lange müsste das Leistung jetzt machen also ihr wenn das Video oben ist könnte gucken ob das Leistung noch da ist oder keine Ahnung oder ihr guckt euch euch an könnt ihr noch abonnieren Leute Rutschoffel driften also das Amy Needless Speed ja ok welch sauber zieht der ist doch so ein du weißt schon dasselbe wie damals den Raum sichern ja der will man auch gleich da auch dran aber ich hab keinen Zuschauer mehr geil richtig nice und Fotzen ja du hängst dir grad erst an und hast dir grad keines kann man das verstehen du vollidiot ja bei Rainbow war nach 10 Minuten 10 Züberschauer da und hatte 6 Verlost alles klar und ich hab die Milchöte eine Stunde ich hab die Milchöte auch er geht um die gekonnte weißt du warum er hat mich angeschaut ich hab ihn direkt an ja das ist normal wenn wir gehen tötet der mich an Oh mein Gott, es geht zu Autos auch ab auf einmal, ich bin ja gar nicht schuldig Schwerer angebracht, soll sie überkommen Hinterhalt gelegten Sicherheitsabstand halten Hey, wie kann er denn bitte schütteln? Ich hab 1003er Ping diesmal Noob, alles klar, ein Typ schreibt mir, den ich getötet hab grad Noob Ja Was schreibt er dir? Ja, weil ich getötet hab und Noob gesagt hab Sag, schau YouTube, was ist das? Ja, wie ist das? Ja, wie ist das? Ja, wie ist das? Ja, wie ist das? Ja, ich schrapp YouTube, wie ist das? So, fangst abonnieren Alles klar, was für ein amogaler Typ Ja, komm, der ist, ich schreibt aber Was für ein amogaler Typ Ich sag dir nicht abonnieren mich Alles klar, ich sag dir nicht abonnieren mich Alles klar, ich sag dir nicht abonnieren mich Ist mir auch egal, wenn ihr mich nicht abonnieren ist mir egal Alles klar, wie der mich rammt hier, Junge fourth Tschüss Tschüss Was ¿et HE TOR? thisійсьkрушцев zugekommen Letzten beim Leistung hat ihrenami zugekuckt und denen hab ich nie gesagt, abonnieren mich ich glaube der hätte mich eh nicht verstanden bei den Videos Abonnieren mich krass, dass du abonnier mich zresaraß Abonnieren mich mal ich bin nicht geschafft die Gegner sich an den Behälter und er sagt mir nur gescheitert ein Gegner verbleibt die Bergen wenn ihm nur mehr und mehr Kiesel 2 der 90 Betten nachdem noch da hat wenn ihr mehr als zwei Kilder Blutte dort die Binnen und wenn ihr nicht habt es ist normal zu haben wenn wir als 2 das ist ein realistisch und das ist nicht die Black Ops er ist die Gezorte Jochim Vokio ob jetzt ein richtiger ich spiel Spezialeinheit mit einer Barstuk rumläuft der Atombombe das gibt's kein der Birobefahre und der Älter und der Stiftung die auch hier aber den Betrieb noch nicht allein hat die Mildaner Atom und Schreiber auch abrufen die Hälfte so gut sie hat es die Hälfte so gut wie leichter doch vielleicht von der EF aber trotzdem keine andere auf immer mit allem umlaufen es ist so ein Bild und umfassend wenn wir das Video geben worden also du weißt schon später dann gibt's die die Schuhe das ist die Zeugung unterstützt auch schon sein das ist schon so Nein, ich meine hier in meinem Drohne schlecht. Keine Drohne mehr. Drift-Kontest. Driften, die Amy. Der sagt zu mir, Noob alle und ich hab ihn gekillt, einfach. Und er meckert, dass er. Und er ist noch deutscher, Alter. Ja, cool, der Controller fällt auch wieder aneinander. Alles klar, ich kann nicht reden, genau. Wow, okay, geht's schon, der Kops 3 Livestream. Geht er nicht in den Mist geworden, wenn er dahin geht seit her. Ach so Leute, wenn ihr ein neues Video, also... Ja, ein bestimmtes Video wie Mölder, so... Von bestimmten Gameleuten, schreibt's an die Kommentare. Also irgendwie, ich schreib dir keiner in die Kommentare. Äh... Nee, jetzt geht's nicht, ich kann nicht loswerden. Hast du keiner eine Games? Ja, was ist denn los? Wir drücken, wir sollen die Reine schneiden als Schiff. Nee, glaub. So lange nicht, hab ich die Bahnen gespielt. Und dann, was ich mir so klicke, wenn ich mir so klicke. Geht mir ab, ne? Ey, das war so geil einfach, so... Ah, die Leute haben sich doch noch reingezogen. Gibt ihr das mal? Ja, aber keiner hat die sich auch ganz reingezogen. Ja, hat so, ja, alles sehr. Genau. Ah, und die Kommentare auf dem Kanal werden meist irgendwie auch nach einer Zeit irgendwie entfernt. Naja, du entfernt sich nicht, oder? Nein, nein, äh, ich hab hier ein Screenshot geschickt. Da stand jemand, hat jemand ein Video geschrieben. Nein, das hat halt mal der Kommentar weg. Feindliche Aktivitäten. Besicherung des Behälters fortfahren, sobald die Bedrohung neutralisiert den Behälter sichern. Feindliche Aktivitäten. Bedrohung neutralisiert. Ja, jetzt habe ich, äh, einfach mal zum Killen, wir sind einfach mal zu tritt. Aber ich hab hier die Beenden müssen. Ey, ich hab da schon wieder so... Alles klar, was wir drauf dürfen, so gar keine Steuer. Aber es ist was krass, wenn man so Gaming-Benz hat, Game kann sogar beim Livestream dieser komischen Dings verlinken, wo man Spenden auffordern kann. Du kennst diese Leute, die Spenden auffordern. Ich weiß nicht, was das bringen soll. Ich hab mal geguckt, gell. Wenn so GTA-Youtuber so Videos machen, gell. Die kriegen so 1 bis 2 Euro. Und wenn Mädchen leiden Video macht, gell. Also ohne 6 Euro. Ja, so ohne Facecam alles. Ich hab dann auch viel einfach mal. Ich hab dann auch viel einfach mal. Ich hab dann alles. Ich hab dann auch schon gelaufen, Jungs. Ich hab dann schon wirklich mal ein bisschen. Ich hab dann schon wirklich mal ein bisschen. Ich hab dann schon wirklich mal ein bisschen. 506.000 Spenden wollen, sollen sie woanders hingehen, wenn das andere ausgeht. Das klingt schon komisch. Ich geh klar. Nein, das klingt komisch. Ihr könnt das Geld bei mir ausgeben. Aber egal. was für was? Für was? Ja, ok. Dass ist ja auch klar. Das ist ja auch für die 220. Alles klingt komisch, ich hab dann für die Mädchen. Geld ausgeben. Ich hab dann noch komisch ausgeben. Für was? 5 6 000. Das ist bei mir ausgeben. Das ist ja auch komisch aus. Ich bin auch gerne Auto, das sind auch Khmer Change. Ihr könnt euch auch euren Autoschüssel geben. Kürtel unten n k n k k da hat noch mal ja was macht er da Herr Schweizer das hier geschlagen ich fahre immer wenn er dauernd er soll am Anfang weg geöffnet zu nur noch eine Partie die erste Montage Gokotone Moimbo ich muss mit auch von Meisten achten ja es ist so irgendwo dann muss man auf die Uhrleitschieber redet nicht was wir reden mein Leben darfst du nicht so viel haben muss spielen ein gegner verbleiben das war scheiße die gläte sich in den schluss und behälter sofort eingreifen sie haben ihre versuche den behälter zu sichern eingeschafft wird wie kommt schon nur schafft es nicht nicht weil st er hat sich an die Welt verloren durch mehr gewinnen hat und sich die und vorgottet schon ihre Dächer zu nehmen durchzuschießen die Wachkommerschauner Regal ich weiß nicht wie lange dieses Video gefahren kann er mir nicht erklären und so ist der 129 und selber da kannst du mich erklären dass er nicht die Waffe weg tun kann und ich bin gerade zu reingehörten oder komm ich bin gerade reingehörten wo die Gegner 1 geführt haben und ich habe 2 und immer die Endkampf mehr lebt was also Leute also Leute Rainbow gibt es auch für Game PC gibt es Borox und Playzzy und wenn ihr auch für Playzzy mit uns zocken wollt Leute der Shadow of the ah jaja jaja dieser Name der fickt mein Kopf gerade das schneide ich vielleicht mal raus Ripper of the Shadow hat auch Rainbow Six Edge Leute und seinen Namen findet ihr noch auf seiner Seite Leute also das ist schon komisch so Werbung zu machen ich hätte mich gerade selber irgendwie mal ich finde es so komisch so zu Werbung zu machen einfach mal fett und wenn ihr auf dem Kanal geht geht uns dann leisten sein Playzzy Namen Leute und noch etwas sollte ein Fügel Félix du weißt doch gut ich hab dir doch letztens Gründchen schickt wer mich abonniert hat alles Geld die offen haben da war unterlegen mein Geerts 434 oder 30.000 23.000 Abonnenten hat das war seit Jahrhundert ich hab mich informiert danach also ich kann auch wieder alles was anderes mein Deal vor einem Jahr um die mich abonniert 26.000 Abonnenten mit Inge und was dahinter dann hat also gut ja zurückgeholt werden dann hat mich noch nur noch eine Nummer abonnenten alles Grupp werden wir die die danach einer Massivmodus sieben und vierziger Monaten also die offenen warten kann man leider auch nicht sehen Kummer auf mein letztes Video geht ab einem ok geschrieben Lobel die Medien vor einem Tag in einer vor allem dann habe ich mir gedacht die Kommentare von den Händen also auch englische nicht mehr deutsch gewesen und wenn man so auf die Statistik guckt Deutschland war 90 Prozent aufrufe 81 Indien 2 ja ja ich komme nicht mehr dort her aber egal nein wir kommen nicht mehr aus Türkei ein Prozent Vereinigte Königreich 1 Österreich 1 Vereinigte Staaten USA drei Prozent also drei Aufrufe vom Prozent aus 3,3 und 0,2 also von Wiedergabezeiten Minuten Thailand Thailand habe ich einen Aufruf einfach unbekannte Region 0,0,0 K K hey Juni ich habe 1 oder 8 was ist 6.000 Kilometer ja die haben 6.000 bekommen ich bekomme keine Punkte der jüngere Zeuge das Achtung denn ohne die schon angefangen und leute nie kann man da war der Kursor nicht und kommt keiner nur noch größer ich wurde von und nicht oft bestätigt ist kommt ein die Werner von den Server drei Monate lang arbeiten danach kommt und dann hier schon wieder nicht nach dem Weg und danach kommen erst in die Kaufe aber auch bei der und mit dem alten hallo wenn wir von sie sind ja wie ich bin ich auch wie die Frau übernommen auch weniger Was ist das? Wieso lenkt er nach links nicht nach rechts? Ja, alles klar, ich war 3k, manche, ich will die einfassen Wie überholen die mich denn immer in dieser verfickten letzten... Einer verpickt mich, heißt ich will die Sekunden, Junge Wieder von neu, Junge Ja, alles klar, zur Garage, ist klar, Junge Schick mich zur Garage, du dummes Stück Scheiße Alles klar, Twitch hat mir viel geschluckt Twitch und Montag sind nur noch am Leben Ja, jetzt wieder 80 Milliarden Ladezeiten, Junge Aber schon krass, dass man mit seinen Videos einfach Dings bei anderen Kanälen einfach zur Verfügung stellen kann Als Werbung einfach Das ist schon scheiße Stell dich vor, du guckst ein Video, da kann auch immer meine Werbung, die Dings schon fick dich Würde ich mir auch schon nicht sagen Würde ich mir auch schon nicht sagen Ah, ich kann hier Camps gucken, statt so zu gucken Ach, ich mach das Driften dann einfach mit dem BMW Der ist ja auch etwas mehr auf Driften ausgelegt Also Leute, wenn ihr Nitro Speed live streamen wollt, oder ein Video wieder Wir haben besser ausbekommen Wir haben besser ausbekommen, ich und der Ah, ey Ey Dein Name nervt mich gerade ein bisschen Ripper of the Shadow The Ripper of the Shadow Ey, dann bitte dein Name, alle Keine Ahnung Das wäre so ein Lama Das ist die Promo-Phase Promo-Phase Katze der Name jederzeit Das ist ein Magazin Also Leute, wenn ihr auf The Ripper of the Shadow Ihr könnt uns sagen, wie wir ihn nennen sollen Also, empfehlt uns meinen Namen für ihn Der eigenen Trupp so bleibt Wow, der Denedig will nicht sein Also, schreibt uns guten Namen für Ripper of Also, für den Kanal Ripper of the Shadow Also, für den Kanal Ripper of the Shadow Der Name nervt mich auch ein bisschen leicht Oder, wenn ihr euch gefällt, schreibt in Kommentare Von ihm oder in meine Kommentare Also, wenn euch gefällt Oh, ist ein Porsche schnell, Junge Ist das sehr schneller als der Lamborghini Adventator Ja Niemals Also, nicht wirklich schneller, aber Er kann auch noch fertigen wie besser als ich Achso, okay Also, wenn euch der Der Name Der Ripper of the Shadow fällt Dann schreibt es in den Kommentaren Und wenn nicht, dann fehlt uns ein Und einen Namen für ihn Bei mir Leute, Schilder Leben Der Name wird auch bald sich geändert Ich bleib doch nicht bei Schilder Leben, aber Es gibt hier von Keanu Schilder Schilder Dein Leben Videosong Wenn man Schilder Dein Leben sucht Das war nicht mal absichtlich, wusste nicht wahr Das war ein Song so nicht Alles klar, wie kann er durchziehen? Alles klar, wie kann er durchziehen? Was? Boah, meiner Lenk gar nicht an, ne? 5 Sekunden 10 Sekunden bis zu 1 10 Sekunden bis zu 1 Oh, das ist klar, er hat mich voll Ich kann nicht schlecht ausdrücken 5 Sekunden 5 Sekunden 5 Sekunden Oh, man hätte ich doch schon mal Ah, was war's? Es ist ja Oh, die Schärfer wurde zurückgeholt Ja, gelang zu der Bombe und entschärfen Sie Halten nach andern aus Bei mir war gerade Thermos in der Luft und jetzt wieder auf dem Boden Ok geht natürlich wenn ich jetzt in einem anderen spieler weggenommen habe genau jetzt verlieren das nervt ey ey meine teamrider sind so bullshit alle meine friss alle ich will reingehen nur ich schieb weiter dran der schärfer ist nicht länger in deinem besitz gefeinander eliminiert fuck alle natürlich junger ey dumme teamrider ich hab ich hab guck mal ich geh mit ner Drohne rein gell wer ist kanad rein er war flat ich will reingehen die mitgliedert mich wenn ich reingehen will dann die zwei stehen draußen einer kommt rausgebauscht die sterben beide von einem und der wurde angezeigt das waren länger zwei sekunden oder fünf dann dann die das hat viel hoffentlich den das Bowei Muffin noch besser auch aber das Volk und Weizen von einem Video Schattenkontakt Teilen voll zwar ab das hat noch bei dem Motto ich habe ein paar die acht um die gegner haben eine bombe nur noch zehn sekunden die zu der wochenenden fünf sekunden die gegner haben eine bombe lokalisiert auf eindliche aktionen vorbereiten die hm 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 ja ich gehe jetzt mal nur noch zum monster ich setze den sensor ein alles klar wie weit der von mir ist gut gleich haben die scheiße die alles so die 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 nachladen ich bin so dumm einfach ich habe auch für den Nitro in die geworfen hat nur noch ein Gegner übrig oh Kapka verletzt trotzdem reingesorfen also guck ich wollte ihn töten mit dem Hof und das ist sicher aber ein erster die Kapkampfalle reingelaufen stattdessen das auch nicht so um ich bin ja es gibt Leute die immer nicht gucken meistens Orte 3 3 3 3 3 3 3 eliminiert der rechner der ganzen bossen noch einen runden dann endet das Video Leute nun zu schnell eine Runde dauert fast drei Minuten da musst du überlegen die Ansage dann noch ich habe ja noch eine Runde reingekommen wo schon angefangen ist dann noch eine Runde und bei 15 Minuten einmal 15 Minuten hört Video auf ich habe auf 30 gestellt und 30 glaube ich guckt sich keiner vielleicht die Bomben umschützen Denken Sie jetzt das Video Ich habe mich nicht mehr so angelegt. Nein, nein, nein. Ich bin nicht mehr so. Ich bin nicht mehr so.